Guten Morgen, heute stärken wir unser Immunsystem, indem wir die Thymusdrüse beklopfen. Du kannst die Thymusdrüse beklopfen mit deinen flachen Händen, mit der Faust oder mit den Fingerspitzen, gerade wie es für dich stimmt. Du kannst entweder leicht oder stark, so wie es dir heute geht. Und wir beklopfen sie im Dreivierteltakt. Es kommt nachher Musik, die die unterstützt, den Dreivierteltakt zu klopfen. Und wenn du willst, kannst du gerne ein bisschen durchs Zimmer tanzen. Viel Spass! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020